Ah, ein Fußballspieler. Philipp Lahm. Ah, Philipp Lahm. Er hat mit der deutschen Mannschaft den WM-Titel gewonnen. Hey, vielleicht hat er auch seinen Pokal zu Hause. Der ist zurückgetreten. Der hat sowas wie gekündigt. Also ich würde jetzt nicht so sein. Ich würde mich von Deutschland zurückbringen. Vielleicht tun ihm jetzt schon die Knochen weh. Keine Ahnung, vielleicht zu alt. Er läuft schnell nicht so, wie der Name nachsagt. Er hat sehr weiße Zähne. Wie paar Zähne? Einen Bart. Also nicht mein Bart, sondern nur so kleine Järchen. Klein. Ganz klein. Das merkt man nämlich auch immer, wenn sie da so stehen. Der Neuer ist so riesig und daneben der kleine Philipp Lahm. So, bis hier, so, bis hier, so. Der sieht aus, als ob er ganz nett wäre. Also der kommt in die Kurie, war so ganz gechillt. Das war früher immer mein Vorbild. Er ist gut, gut. Kapitän sind immer gut. Deswegen habe ich er auf Fußball angefangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020